Karl II. Herzog zu Mecklenburg war ab 1794 mit dem genannten Titel ab 28. Juni 1815 mit dem Titel Großherzog von Mecklenburg regierender Fürst in Mecklenburg-Strelitz leben. Karl war ein Sohn des in Miro apanagierten Prinzen gleichen Namens aus einer Nebenlinie des herzoglichen Hauses Mecklenburg-Strelitz und dessen Gattin Elisabeth Albertine, Geb-Prinzessin von Sachsen-Hildburghausen. Unter seinem Schwager, dem englischen König Georg III., diente er früh in der hannoverischen Armee und nahm in dieser am Kampfgraf Wilhelms zu Schaumburg-Lippe zugunsten Portugals gegen Spanien teil. 1776 wurde er Gouverneur von Hannover, Kommandeur der Fußgarde und Generalleutnant mit der Würde eines Generals on Chef der Infanterie. Nachdem sein Onkel Adolf Friedrich III. im Jahre 1752 ohne männliche Nachfahren verstorben war, ging der strelitsche Thron zunächst an Karls älteren Bruder Adolf Friedrich IV. Nach dessen Tod im Jahre 1794 bestieg Karl den Thron des kleinen politisch unbedeutenden Herzogtums Mecklenburg-Strelitz. Karl nahm zügig Verwaltungsreformen in seinem Lande steil in Angriff. Er reduzierte die Anzahl von Amtsbezirken, förderte den Landbau, stellte eine Polizei auf, gründete 1812 eine Medizinalbehörde und führte die Schulpflicht eintrat sein Land dem Rheinbund bei. Auf dem Wiener Kongress empfing er 1815 gemeinsam mit dem Regenten des Landesteils Mecklenburg-Schwerin eine Titelaufbesserung zum Großherzog von Mecklenburg. Karl heiratete zweimal. Zunächst 1768 Friederike, Prinzessin von Hessen-Darmstadt, eine Tochter des Prinzen Georg Wilhelm von Hessen-Darmstadt, mit der er zehn Kinder hatte. Nach ihrem Tod 1782 heiratete er 1784 ihre Schwester Charlotte, die am 12. Dezember 1785 an den Folgen der Geburt des Sohnes Karl starb. Kinder aus der ersten Ehe Charlotte, Lemniskarte 3. September 1785 Friedrich Herzog von Sachsen-Hildburghausen, Caroline, Georg, Therese, Lemniskarte 25. Mai 1789 Karl Alexander, Fürst V. Turn und Taxis, Friedrich, Luise, Lemniskarte 24. Dezember 1793 den späteren König Friedrich Wilhelm III. von Preußen, Friederike, Prinzessin von Preußen, Königin von Hannover, Georg, Großherzog von Mecklenburg, Lemniskarte 12. August 1817 1717 Marie, Tochter des Landgrafen Friedrich III. von Hessen-Kassel, Friedrich Augusta Albertine, aus der zweiten Ehe Karl City Hall Christian Beifall Vers 43.2 Beifall 25.3 0 2 W möglich sunshine quer 隨 i We